Es gibt in Duisburg-Homberg einen Bauwagenplatz. Das ist ein Platz auf dem Menschen sich entschieden haben in einen Bauwagen zu leben. Alternativ, autark und so wie sie es gerne hätten. Und dieser Platz wurde gekündigt. Und hier gibt es auch eine Petition die man schreiben kann. Wir wollen nicht dass der Platz der einzige in dieser Form existierende in Duisburg auch gekündigt wird. Es wird schon so viel in Duisburg geschlossen, was irgendwie alternativ ist, was irgendwie nicht ins Stadtbild passt, meinen manche Leute. Aber wir wollen machen was wir für richtig halten. Zum Beispiel so eine Band. Und deswegen wäre super wenn ihr uns unterstützt. Wir haben noch Lesematerial und jetzt hört euch noch ein bisschen die Nächsten zu uns an. Eine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020